Musik Herzlich Willkommen zum ersten Timotheusbrief. Wir steigen ein in die vierte Folge und werden uns jetzt mit Gemeinderegeln beschäftigen. Wir finden nämlich im vierten, im fünften und im sechsten Kapitel des ersten Timotheusbriefs sehr interessante und wie wir sehen werden auch sehr aktuelle Grundlinien, Regeln, Grundsätze für das Zusammenleben in der christlichen Gemeinde. Wir finden insgesamt sieben solche Regeln und die gehen meistens dann auch auf ganz bestimmte Empfänger. Die erste Regel allerdings mehr auf bestimmte gefährdete Adressaten. In dem Sinne, dass es doch hier dem Paulus am Herzen lag, eine Warnung auszusprechen vor bestimmten Irrlehren und Gefährdungen. Es geht hier in dieser ersten Regel, so will ich das mal nennen, um die Gefährdung durch Glaubensabfall und ohne, dass ich da jetzt in die großen Debatten einsteigen will, ob Christen überhaupt vom Glauben abfallen können oder nicht, müssen wir doch diese Warnungen sehr ernst nehmen. Durch bestimmte Irrlehren ist durchaus eine Gefährdung des Glaubens gegeben, manchmal ohne, dass der Betreffende es merkt und wir werden dann im weiteren Verlauf dieser Folge sehen, dass es auch bestimmte charakterliche Fehlstellungen gibt und hier wird dann ganz betont die Geldgier angesprochen, die einen Christenmenschen auch zum Fall bringen kann und schließlich dann auch zum Glaubensabfall. Nun, worum geht es hier? Gleich am Anfang des vierten Kapitels wird hier eine Warnung ausgesprochen vor Leuten, die nun bestimmte asketische Regeln aufstellen wollen für die Gemeinde. Das ging anscheinend so weit, dass man sogar vor der Ehe gewarnt hat, auch vor dem intimen Verkehr in der Ehe und dann natürlich auch vor bestimmten Speisen. Also all das war diesen Leuten viel zu weltlich. Eine ziemlich vergeistigte, abgehobene Auffassung von Christentum. Wenn man sich fragt, woher diese Tendenzen damals wohl gekommen sein konnten, dann wird man natürlich an eine gewisse Leibfeindlichkeit denken müssen, die damals in der griechischen Antike durchaus gang und gäbe war. Der Mensch wurde als Geistwesen verstanden, alles Leibliche. Das war im Grunde nur eine Behinderung für den Geist. Und der große Philosoph Aristoteles hat ja sogar seine höchste Gottheit, Nus, also Geist, genannt. Aus einer solchen Denk- und Kulturtradition kann dann natürlich schnell eine Leibfeindlichkeit und eine Ehefeindlichkeit erwachsen. Ja und diese speziellen asketischen Speisegebote kamen vermutlich eher her aus der Richtung eines gesetzlichen Judentums, das nun hier als verbindlich erklärt wurde für die christliche Gemeinde. Warum nimmt der Paulus das eigentlich hier so ernst? Er hätte ja auch das ein Stück weit tolerieren können und sagen können, also was die Leute essen oder nicht essen, das wollen wir ihnen überlassen und ob sie nun die Ehe hochhalten oder nicht, das ist schließlich ihr Privatvergnügen. Nein, so denkt Paulus nicht. Er nimmt diese Auffassungen ernst. Und warum? Weil hinter ihnen ein falsches, unbiblisches und letztlich unchristliches Gottesbild sich auftut. Der Gott, an den der Paulus glaubt und an den die Christenheit glaubt, das ist ein Gott, der Gutes erschafft und der Gutes, nachdem er es erschaffen hat, auch segnet und der es zum guten Gebrauch der Kreaturen und speziell natürlich der Menschen dann auch einsetzt. So geht Paulus an die Ehe heran und so geht er an die Speisen, an die Nahrung heran. Was Gott erschaffen hat, so heißt es, das will er auch erhalten. Was Gott erschaffen hat, das ist, wenn es unter seinem Segen steht, eine Wohltat für alle, die es nutzen und genießen. Es kommt bei Paulus hier natürlich nur noch das Gebet dazu. Durch Gebet, durch Danksagung wird der Segen aufgeschlossen. Und er wird dann mir zugänglich. In Vers 4 und 5, gleich im vierten Kapitel, stehen da sehr gewichtige Aussagen und die wollen wir uns jetzt anhören. Alles, was Gott erschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank empfangen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und das Gebet. Dass Paulus kein Asket war, obwohl man manchmal ihm auch asketische Züge unterstellt, das zeigt sich ja schon in dieser kleinen Nebenbemerkung im fünften Kapitel, Vers 23, wo er dem Timotheus ein Schluck, ein Stück ab und zu vom Wein empfiehlt. Ein bisschen Weingenuss, lieber Timotheus, das wird dir nicht schaden können. Paulus sieht sogar im Weingenuss und im Wein anscheinend ein Stärkungs- und Einkräftigungsmittel, denn Timotheus scheint öfters schwächlich und kränklich gewesen zu sein. So würde ja ein Asket nicht reden. So, das ist die erste Regel, die wir nun hier behandelt haben. Warnung vor falschen Gottesbildern, die letztlich dann unseren Glauben unterminieren, verfremden und den biblischen Glauben tatsächlich auch auslöschen können. Wir kommen zur zweiten Regel, die ist sehr kurz gegriffen, sehr kurz formuliert. Vers 1 und 2 im fünften Kapitel beschreiben Grundlinien des Lebens, des Miteinanderlebens, des Verhältnisses der Geschlechter und der Generationen in der Gemeinde. So kurz es ist, so aktuell ist es, was wir hier lesen. Wenn wir an die großen Klüfte, ja manchmal sogar Abgründe denken, die sich heute in den modernen Gesellschaften auftun, zwischen den Generationen, dann liest man das hier mit ganz anderen Augen. Hier sorgt sich jemand dafür, dass die Generationen nicht auseinanderdriften, sondern zusammenhalten und zusammenfinden. Das ist ja doch eine große Not, die letztlich ja schon längst die christlichen Gemeinden erreicht hat. Dass Junge und Alter schon ganz verschiedene Sprachen sprechen. Es gibt Begriffe, gerade in der Jugendkultur, das sind böhmische Dörfer für die Älteren, umgedreht vielleicht auch. Es gibt eine, wie heißt das so schön heute, Seniorenkultur und eine Jugendkultur. Und die Wirtschaft und viele kommerzielle Interessen haben das natürlich schon längst entdeckt. Neulich las ich sogar davon, dass es einen neuen Trend gibt in der Hotelwirtschaft. Kinderfreie Hotels. Das scheint auch so eine neue Masche zu sein, dass man damit wirbt, keine Kinder, kein Kindergeschrei. Ihr Alten könnt hier wirklich voll unter euch bleiben. Was ist das doch für ein bedenklicher Trend. Als ich Pfarrer war in Oberfranken, habe ich es mir immer wieder zur Regel gemacht, die Generationen zusammenzuführen. Ich habe ältere Gemeindeglieder gebeten, im Konfirmandenunterricht etwas aus ihrem Leben zu erzählen und habe immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht. Sowohl die Älteren waren dann beglückt, wenn es ihnen gelang, wirklich sich noch voll verständlich zu machen, wenn sie erlebten, wie gebannt dann die Jugend ihnen zuhört, wenn sie erzählten von Glaubenskrisen und Gebetserhörungen, als auch die Jugend, wenn man sich dann anschließend mit ihr unterhalten hat. Nun, war das was, konntet ihr damit was anfangen? Allgemeine Begeisterung. Also es geht. Auch der Trend, unterschiedliche Gottesdienste zu feiern, so verständlich er im Einzelnen auch sein mag, dass dann die Jugend ihren eigenen Gottesdienststil sich sucht und praktiziert. hat doch auch seine bedenklichen Seiten. Wenn die Gemeinde immer weniger Berührungspunkte findet zwischen den Generationen, dann kommt es bald zu einer Entfremdung. Und wie viel Erfahrungsschatz und Erfahrungsgut, gerade auch unserer Alten, geht dann der Jugend verloren. Das wäre eine kulturelle Katastrophe. Und andersherum formuliert, wenn die Alten überhaupt keine Chance mehr haben, auf die Bedürfnisse, auf die Lebenshorizonte der Jugend zu hören, sich damit zu beschäftigen, dann wird auch die Gefahr noch viel größer, dass sie sich abkapseln und dass sie den Anschluss an die Zeit verlieren. Also ganz aktuelle Hinweise, die Jugend soll den Alten respektvoll gegenübertreten, mit Ehererbietung, so als ob sie Vater und Mutter vor sich haben. Wunderbar formuliert. Sie in jedem alt gewordenen Menschen letztlich das Vaterbild, das Mutterbild, das Gott dir ins Herz gelegt hat. Rangunterschiede, Finanzunterschiede, Macht- und Einflussunterschiede sollen in der Gemeinde keine Rolle spielen. Brüderlich soll es zugehen und anständig soll es zugehen, gerade auch zwischen den Geschlechtern. Keine Anzüglichkeiten, kein aufreizendes Verhalten seitens der Frauen. Das haben wir ja schon behandelt in dem zweiten Kapitel. Eine gute Regel, möchte ich abschließend sagen. Eine bewährte Regel. Und in dem Maße, in dem sich unsere Gesellschaft immer mehr, wie soll ich sagen, zerfleddert, in Gruppen und Krüppchen und Singles verliert, in dem Maße wird Gemeinde als ein Lebensmodell der Generationen, als ein Modell des Zusammenhaltes der Menschen in unserer Zeit immer attraktiver und immer wichtiger. Gehen wir zur dritten Regel. Auch die scheint mir hochaktuell zu sein. Paulus gibt Vorschläge und Ermahnungen, wie eine Gemeinde mit ihren Witwen umzugehen hat. Wir sind im fünften Kapitel, in den Versen 3 bis 16, ein ziemlich langer Abschnitt. Und wenn man sich mit diesem Abschnitt beschäftigt, merkt man, hier wird wirklich ein tragfähiges Modell von Sozialstruktur entwickelt. Da gab es noch keine Witwen- und Waisenrenten in dieser Zeit, aber es gab doch ein Aufmerken. Es gab ein Interesse, ja, es gab Nächstenliebe. Es gab Verantwortung, es gab Horizonte, unter denen die Gemeinde damals sich gerade auch um Menschen gekümmert hat, die nun Hilfe dringend nötig hatten. Man könnte sagen, das ist Sozialfürsorge pur aus dem Geist des christlichen Glaubens. Der Begriff, der hier verwendet wird, Ehre, die rechten Witwen, ist ein Begriff, den muss man vom Alten Testament her deuten, viel praktischer als unser Ehrebegriff. Es ist letztlich gemeint, die praktische Sozialunterstützung, die finanzielle Unterstützung für die Witwen. Also, wenn es heißt, Ehre, die Witwen, dann heißt das letztlich, gewähre ihnen Unterstützung. Ehre, Vater und Mutter, wir kennen das Gebot, zielt auch auf diese ganz umfassend praktische Nächstenliebe und Fürsorge. Ja, nun, das kleine Wirtlein, rechte Witwen. Ja, was sind denn nun die richtigen Witwen? Inwiefern wird hier nun unterschieden? Wer soll denn Anteil bekommen an dieser Unterstützung? Wir haben hier übrigens durchaus an einen regelrechten Fond zu denken, also an eine Geldsammlung, zu der alle, die es konnten, beizutragen hatten. Ja, zu einem Fond, aus dem dann heraus die bedürftigen Witwen unterstützt werden sollten. Aber, und jetzt kommt eben diese Einschränkung, nicht automatisch jede Witwe, sondern Witwen, die nun ganz bestimmte Kriterien zu erfüllen hatten. Ich werde sie noch einmal nennen, jeder kann sie ja dann auch nachlesen in diesem Abschnitt. Es müssen Witwen sein, die tatsächlich ganz alleine stehen, also keinerlei Angehörige mehr haben, die dann nämlich für sie eintreten müssten. Es müssen zweitens Witwen sein, die beten, die gläubig sind, die wirklich auch geistliche Erfahrung mitbringen, die sich auch bewährt haben in ihrem Glauben. Die ganz auf Gott vertrauen, so ist es hier ausgedrückt. Es müssen drittens Witwen sein, die nicht als Geschiedene noch einmal geheiratet haben. Wir kennen dieses Kriterium aus Kapitel 3. Sie brauchen das Zeugnis guter Werke. Also sie sollen sich doch auch einen guten Ruf in der Gemeinde erworben haben durch Gutes tun. Ja, indem sie sich einfach auch um andere schon gekümmert haben. Und sie sollen nicht unter 60 Jahren alt sein. Das ist auch ein interessantes Kriterium. Zuchtlos lebende Witwen, die sich also mit Männern einlassen, die sollen nicht unterstützt werden. Interessant auch dieser kleine Aspekt. Wenn die Witwe noch Angehörige hat, dann sollen die Angehörigen für sie aufkommen. Solche Witwen sind dann also nicht vorgesehen für diesen Witwenfonds. Jüngere Witwen sollen wieder heiraten. Auch mit dieser interessanten Begründung. Wenn die nämlich unterstützt werden, dann kommt die Gefahr am Rande auf, dass sie sich auf diese Unterstützung ausruhen und faul und oberflächlich werden. Natürlich kommt dann hier auch die Empfehlung einer Wiederheirat für junge Witwen. Gemeindepädagogisch, finde ich, ist das alles sehr gut durchdacht. Ein verheißungsvolles System praktischer Nächstenliebe, das man natürlich nicht eins zu eins umsetzen muss. Da und dort ist das ja nun angesichts unserer Sozialgesetzgebung auch gar nicht so nötig. Aber wer weiß, wie lange wir unsere Sozialgesetzgebung noch in Gang halten können. Angesichts der demografischen Entwicklung, man könnte schon sagen katastrophalen Entwicklung, kann dieser Abschnitt im ersten Timotheusbrief noch sehr, sehr aktuell werden. Dann gehen wir zur vierten Gemeinderegel. Hier geht es um die Entlohnung, um die Bestrafung, um die Berufung der Gemeindeleiter. Das verhandelt Paulus jetzt nicht in Kapitel 3, wie man sich das ja hätte auch denken können, sondern das kriegt nun hier einen eigenen Abschnitt. Sehr berechtigt und natürlich auch sehr wichtig, denn diese Fragen tauchen ja nun immer wieder auf. Wie soll ein Gemeindeleiter auch finanziell vergütet werden? Was soll getan werden, wenn er sich falsch verhält? Und schließlich, ja, wie komme ich an gute Gemeindeleiter heran? Und wie kommt es dann dazu, dass eine Gemeinde wirklich einen Kreis gesegneter Gemeindeleiter findet? Auch hier taucht nun wieder dieser Begriff der Ehre auf. Ehre oder ehrt die Gemeindeleiter, die ihre Sache gut machen, in doppelter Weise. Die Doppelung der Vergütung bezieht sich wahrscheinlich, wenn man den Zusammenhang bedenkt, dann auf die Witwen. Unterstützung, also sie sollen doppelt so viel erhalten wie die Witwe. Sie haben ein schweres Amt, das haben wir ja schon untersucht. Eine Gemeinde wirklich den unverfälschten Glauben immer wieder ans Herz zu legen, dafür Sorge zu tragen, dass Christen Menschen der Liebe Gottes werden. Das ist, wenn man dieses Amt ernst nimmt, eine ganz hohe Herausforderung. Man könnte natürlich am Rande auch noch darüber nachdenken, ob nicht da und dort auch ein finanzieller Anreiz geschaffen werden könnte in unseren Gemeinden, gerade auch für die Gemeindeleiter, für die Hürden, für die Lehrer, die sich nun ganz besonders einsetzen. Es ist ja nicht so, dass der Einsatzwille und die Einsatzfreudigkeit und die Einsatzstärke überhaupt nicht ablesbar wären. Warum sollten wir uns nicht einmal die Frage stellen, wie viel Hauskreise, wie viel missionarische Aktivität, wie viel gelebte Nächstenliebe eine Gemeinde auszeichnet? Das wird ja nun weitgehend auch in der Verantwortung der Gemeindeleiter liegen. Und warum sollten die nicht dann auch eine besondere finanzielle zusätzliche Vergütung bekommen, die nun ihre Sache wirklich gut und hingebungsvoll machen? Ja, was macht man bei Beschwerden, wenn Gemeindeleiter nun entweder in ihrem Umgang mit anderen Christen in der Gemeinde, in ihrem persönlichen Familienleben oder Berufsleben oder auch in ihrer Wortwahl, in ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit in, ja, wenn sie das Predigtamt haben, in ihrer Predigt Fehler machen? Und manchmal nicht nur Fehler, sondern wirklich in eine Schuld und Sünde fallen. Was soll da getan werden? Auf gar keinen Fall sollen alle Augen zugedrückt werden. Ganz im Gegenteil. Eine Gemeinde hat Verantwortung für ihre Leiter, genauso wie die Leiter eine Verantwortung haben für die Gemeinde. Nein, sehr wohl soll genau hingeschaut und hingehört werden, aber mit einer kleinen Einschränkung. Wenn nur ein Gemeindeglied sich beschwert oder verletzt fühlt, dann soll Timotheus das noch unbeachtet lassen. Erst wenn verschiedene, hier kommt das biblische Zeugenrecht zur Geltung, erst wenn mehrere Leute nun dieselben Beschwernisse genauso sehen und erleben, da muss dann eingeschritten, eingegriffen werden und dann muss eine öffentliche Ermahnung erfolgen. Ich finde das eigentlich sehr mutig von Paulus, dass er diesen Weg beschreitet, eine öffentliche, also vor der Gemeinde stattfindende Versammlung einzuberufen, wo dann diese Fragen geklärt werden und wo natürlich der Betreffende auch die Gelegenheit bekommen muss, um Entschuldigung und Vergebung zu bitten und dann aber auch die Chance erhält eines Neustartes. Das sind natürlich Anleitungen, die weithin überhaupt nicht mehr bei uns im Blick sind. Und wir sollten darüber nachdenken, ob sie nicht doch wieder für ein gesundes Gemeindeleben aktiviert werden könnten. Und bei der Auswahl der Ältesten, da muss Sorgfalt geübt werden. Lege nicht zu schnell deine Hände auf, sagt Paulus dem Timotheus. Das ist also sozusagen die Ordinationshandlung. Prüfe Bewerber, die in Frage kommen, gut. Pass auf, manche sind in der Lage, raffiniert wie sie sind, ihr schuldhaftes Leben und ihre Lieblingssünden, ich will es mal so sagen, so zu kaschieren, dass du zunächst gar nichts siehst und merkst. Prüfe die in Frage kommenden Christen und nimm erst dann mit ihnen näheren Kontakt auf in Richtung einer Berufung, wenn wirklich die Gewissheit dafür geschenkt ist. Dann haben wir fünftens die Sklaven. Hier könnte man sich natürlich wundern, warum Paulus hier zu einer intensiveren, hingebungsvolleren Tätigkeit der Sklaven hin auffordert und nicht irgendwelche Sozialreformen oder vielleicht sogar Revolutionen empfiehlt. Hier muss man natürlich einmal den Philemon-Brief lesen. Da kommt dann die Haltung des Paulus sehr deutlich durch, der sich eben nicht als Sozialreformer verstand, sondern als Missionar und als Herold der guten Botschaft des Evangeliums. Er vertraut der Kraft des Evangeliums auch im Blick auf die Veränderung der Herzen und auf diese Weise ausgelöst natürlich dann auf die Kraft, die von veränderten Herzen ausgeht und die dann sich auch in erneuerten und neuen Strukturen niederschlägt. Wollen wir also von Paulus nicht das erwarten, wofür er gar nicht eingesetzt ist. Er ist Herold, er ist Botschafter, er ist Missionar. So und dann kommen noch zwei Regeln, die wieder sehr aktuell sind. Die Geldgierigen und die Reichen werden angesprochen. Und zwar jetzt nicht so in unmittelbarem Zusammenhang. Die Geldgierigen, die kommen im Kapitel 6, Vers 6 bis 10 dran und die Reichen dann mit einem Zwischenabschnitt dann erst in Kapitel 6 ab Vers 17. Es ist also jetzt hier keine unmittelbare Verbindung anzunehmen. Die Geldgier liegt uns allen nahe. Reich sind wir nicht alle. Das sind zwei Paar Stiefel. Gehen wir mal in diese Verse hinein, die nun die Geldgier aufspießen. Nicht nur bestimmte Glaubensauffassungen, so wie diese Asketen, die da die Ehe, bestimmte Speisen meiden wollten und das dann verbindlich machen wollten. Nein, auch bestimmte Charakterzöge können einem Christen ganz übel zusetzen und ihn, wenn er da nichts dagegen unternimmt, tatsächlich immer mehr benebeln in seinem Verhalten, in seinem Wesen und letztlich auch in seinem Glauben gefährden und zerstören. Und dazu gehört ganz offensichtlich die Geldgier. Die Geldgier ist eine Wurzel, aus der unendlich viel Schlimmes und Böses heranwachsen kann. So ist das hier ausgedrückt. Man kommt in Versuchungen, man kommt in Spekulationen, man kommt in Vorsichtsmaßnahmen, man entwickelt Phantomängste und man muss, wenn man hier nun zu Ende denkt, tatsächlich dann auch die große Gefahr des Glaubensabfalls ernst nehmen. Jedenfalls scheint mir das eine ganz ernste Warnung zu sein in unserer Welt des Konsumismus, ja, der bloß materiellen Lebenswirklichkeit ist ja wohl diese Gefahr nicht ganz auszuschließen für Christen. Wie kann man Geldgier überwinden? Das finde ich immer schön an den Paulusbriefen, dass nicht nur die Diagnose gestellt wird, sondern dass wir immer auch therapeutische Hinweise kriegen. Wie kann man diese Wurzel zumindest so bezähmen, dass sie nicht zur charakterumprägenden Dämonie wird? Da gibt es eine wunderbare Aussage in Vers 6, im sechsten Kapitel, die wir uns jetzt noch einmal anhören wollen. Die Frömmigkeit bringt reichen Gewinn, wenn man genügsam ist. Ich sagte eine wunderbare Aussage. Paulus greift hier den Begriff Gewinn auf, aber er lenkt unseren Blick nun in eine ganz andere Richtung. Weg vom Materiellen hin zum Geistlichen, zu den eigentlichen Schätzen. So ähnlich hat es Jesus ja auch gemacht in der Bergpredigt. Wir können der Geldgier und wir können diesen schlummernden Dämonien nur entfliehen und können sie auch wirklich nur dann besiegen, wenn wir uns an einer ganz anderen Stelle schon längst als reich gemachte Menschen erfahren haben. Uns muss aufgehen, was für einen unendlichen Reichtum uns der Glaube schenkt, dass er uns mit Christus verbindet, mit dem König aller Könige und Herrn aller Herren, durch dessen Hände das Weltall erschaffen worden ist, dem alles zur Verfügung steht, auch alle Schätze und Reichtümer materieller Art. Die Welt ist des Herrn und ich darf zu diesem Herrn gehören und er wohnt durch den Heiligen Geist in mir. Ich bin ein König, nach 1. Petrus 2, Vers 9, nichts darf mich knechten, alles muss letztlich meinem Besten dienen. Römer 8. Dieser Reichtum muss uns klar werden. Und am besten so, dass wir ihn immer wieder ganz neu in den Blick nehmen und wenn sich der Blick trübt, im Gebet uns diesen Blick wieder neu schenken lassen. Das ist die Therapie gegen Geldgier. Ich wüsste keine bessere. Und dann wird man auch genügsam, man freut sich, wenn man Geld hat, aber das Leben landet nicht gleich ganz tief im dunklen Keller, wenn die materiellen Bedingungen schlechter werden. Nahrung und Kleidung, so sagt es der Paulus hier, sollten uns eigentlich genügen. Ja, und die siebte Regel geht nun auf die Reichen. Das sind nicht allgemein die Reichen, denn der erste Timotheusbrief ist ja an Christen geschrieben. Das sind wohlhabende Christen, die es ja ganz offensichtlich damals auch gab. Was wird den Reichen nun ins geistliche Stammbuch geschrieben? Sie werden ermahnt, nicht überheblich zu sein. Sie werden ermahnt, ihre Hoffnung nicht auf ihre äußeren Reichtümer zu setzen, die ja schnell vergehen können. Man hört schon wieder die Bergpredigt hierdurch. Sie werden ermahnt, ihre Hoffnung als Christenmenschen ganz allein auf Gott zu setzen, von dem ja schließlich und letztlich ihr ganzer Reichtum kommt. Sehr schön finde ich ja diese eine Bemerkung hier, dass Gott uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also Gott ist ja nun nicht ein Gott, der uns Genuss, Wohlstand, Reichtum missgönnt. Ganz im Gegenteil. Er ist der Reichste aller Reichen. Nein, er gönnt uns alles. Er gönnt uns, dass wir unseren Wohlstand genießen. Aber, und jetzt kommt das Aber, jede Gabe ist eine Aufgabe. Das stimmt allgemein und das stimmt natürlich nun in Sonderheit im Blick auf Reichtum und Geld. Reiche sollen mit ihrem Geld etwas Gutes bewirken, sollen sich einüben in Freigebigkeit, in Helfen. Das ist die beste Zukunftsvorsorge, die sie treffen können. Wir sollten dankbar sein für alle wohlhabenden Christen, Komma, wenn sie es denn gelernt haben, ihren Reichtum als Aufgabe zu deuten. Und wenn sie nicht auf ihrem Reichtum, auf ihren Besitztümern sitzen, sondern sie freigebig verwalten. Als junger Vikar habe ich öfter Sammlungen gemacht in Erlangen-Büchenbach und habe gesammelt für notleidende Christen in der damaligen DDR. Da bin ich immer durch die Häuser gegangen. Es gab damals einen Geschenkdienst, Genex. Da konnte man dann einiges rüber vermitteln. Und ich bin immer zuerst zu einem Christen gegangen, zu einem Architekten, der sehr wohlhabend war und sehr freigebig. Und er hat dann immer, wenn ich eine Sammlung begann, als erster unterschrieben. Und dann kam der Name und dann kam der Betrag. Und es war meistens 1000 D-Mark. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Und das war sozusagen ein Anlass, eine Vorgabe für alle anderen, sich auch zumindest in Gedanken zu machen, wie viel kann ich zu dieser guten Sache beitragen. So sollen also die Reichen sich einüben, ihren Reichtum als Gabe Gottes neu zu entdecken, und auf diese Weise Gott eine Freude zu machen und der Gemeinde und darüber hinaus der Christenheit zu dienen. Ich lade Sie herzlich ein zur letzten Folge in dieser Auslegung des ersten Timotheusbriefs zur fünften Folge. Und da werden wir uns noch einmal mit dem guten Kampf des Glaubens beschäftigen, zu dem Timotheus durch Paulus herausgefordert und ermahnt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bei der Untertitelung des ZDF für funk, 2017